1, 2, 3 So meine Freunde, wir sind hier live und exklusiv 2018 auf dem 5. Pierpont-Berni-Ferrorfinale von Deutschland und wir sind hier live und interviewen alle Leute Was halten Sie davon, was hier gemacht wird? Ist das in Ordnung für Sie? Der spielt jetzt als erstes Diese Mannschaft gegen diese Mannschaft oder was? Wie erkennt man die Leute? Sie sind in den schwarzen Trikots Warum hat dieser mal dein Kraustrikot an? Was ist da los? Können Sie mir kurz über den Sport erzählen? Wie finden Sie diesen Sport? Super! Ist er mit sehr viel Intelligenz verbunden, ja? Wunderbar! Und ich kann nur sagen heute brennt die Luzi ab und wir haben auch eine richtige Party hier Jawoll! Die Scheiß! Gibt super TV-Applaus und beim nächsten Mal ist noch Gangster Jens dabei, meine Freunde Also einschalten, abonnieren, analysieren Das ist der Shit! Jetzt noch was zu sagen, Michael? Ist das Bierpont-Live oder was? Ist das der richtige Bierpont-Original hier oder was? Passiert hier nichts! Meine liebe Freunde! Dann spielen wir mal eine Runde jetzt! Was halten Sie davon, wenn wir Sie herausfordern und den goldenen Pokal danach bekommen? Was halten wir davon? Ist das in Ordnung? War das der Pokal? Ist das der Pokal? Jawoll meine Freunde, ich sehe schon ich habe jetzt hier mit absoluten Profis zu tun Dann sage ich, verabschiede ich mich wünsche noch einen schönen Tag Grüßt mir die Mutti und esst nachher schön weil ihr werdet schön besoffen sein! Also! TV! Applaus! Jawoll! Wollt!